Heute zeigen wir euch Vectorius Mobility Routine für einen tiefen Squat. Dafür schnappt ihr euch ein Resistance Band und spannt es um eure Oberschenkel und nehmt euch dann ein leichtes Gewicht zur Hilfe. Wie ihr sehen könnt, gehe ich nur ganz leicht runter, öffnet dabei dreimal meine Hüfte und wiederholet den ganzen Prozess in einer tieferen Position. Achtet dabei darauf, dass eure Füße am Boden bleiben. Weiter geht es mit dem Periforme Stretch. Dabei legt ihr eure Beinaußenseite flach auf die Bank und lehnt euch in den Stretch rein. Hier seht ihr nochmal das Ganze von einer anderen Perspektive. Ihr könnt die Intensität des Stretches durch den Winkel in der Bank steuern. Je flacher der Winkel, umso anspruchsvoller. Das Ganze wiederholt ihr natürlich auf beiden Seiten. Abschließend wollen wir natürlich unsere Sprunggelenke mobilisieren. Dabei berührt euer Knie die Wand und ihr versucht den Fuß so weit weg wie möglich von der Wand zu positionieren. Wichtig ist es, dass er immer flach auf dem Boden aufliegt. Und das war es auch schon. Viel Spaß beim Nachmachen.